Ja, hallo Freunde, der NRW bei 18-Jähr. Ich begrüße euch zu einem ganz, ganz, ganz besonderen Let's Play. Ich bin so stolz auf mich, dass ich es noch irgendwie hingekriegt habe, dass es jetzt bei mir läuft und, ähm, ja, hier bekommen wir direkt die Highschool-Liste. Och, und ich finde auch die Musik einfach so herrlich, so, das, oh, ja, Hugo, er ist wieder da und zwar der Original-Hugo von damals, aus dem Jahre 1996 und, mh, ich hab gerade eben schon reingeschaut und es ist so herrlich. Dieses alte Intro hier und dieses alte Menü und, oh, es ist einfach nur herrlich. Retro-Feeling per Excellence. Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ich das jetzt endlich zum Laufen bekommen habe. Es ist damals das zweite Hugo, was rausgekommen ist mit den Spielen Unterwasser, Eishöhle, Skateboard und Floßfahrt. Ich glaube, das eine oder andere habe ich schon gespielt mit, äh, in meinen anderen Hugo-Let's Plays. Das war übrigens damals mit eines der ersten Let's Plays, die ich auf meinem Kanal hatte. Und, äh, bei dem Thema Floßfahrt hatte ich ein Problem, das konnte ich nämlich nicht spielen. Und, ich habe gerade eben schon reingeschaut und ich kann es jetzt spielen und ich bin so happy! Ja, wir spielen heute ein wenig Hugo und, ähm, ich versuche natürlich mal eine andere Hugo-Spiele, die ich hier noch habe, die, so, glaube ich, ja, 10, 11, 12 Stück, dass ich die auch noch irgendwann alle zum Laufen bringe, weil Hugo ist einfach nur geil. Ja, also, wir starten mit dem ersten Spiel Unterwasser. Auf geht's, Hugo! Boah, Retro! Ja! Und, natürlich, das möchte ich auch sagen, er hat natürlich die schöne alte Hugo-Stimme, die, finde ich, am besten zu ihm passt. Hugo, leg los! Wassertiefe 50 Faden, Hugo möchte endlich warten! Ja! Ah, ist es nicht herrlich, ist es nicht herrlich! Für jeden Screen muss geladen werden, ach, das ist so, haha, ich flippe aus! Das ist wie Donkey Kong, Monkey Island, oh, alles zusammen irgendwie, das ist so geil, ja! Ich kann mal ein bisschen Luft tanken, so, da muss ich abbiegen, sehr schön! Ähm, man muss dazu sagen, es ist jetzt hier nicht so mega, oh, da kommt ein Fisch, megamäßig schwer, da kommen zwei Fische, weil, ähm... die Spiele insgesamt auch nicht so megamäßig schwer waren, also, die biegen jetzt hier, glaub ich, zwei mal rechts ab und das war es! was auch schon. Wieder zwei, drei Fische, vier Fische. Jetzt geht's los. Rüber. So, ihr müsst jetzt nochmal, wenn sie die nächste Abbiegung kommen. Ein Schatz wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Da ist wieder eine Krabbe. Krabbel die Krab. Da war ein Schatz. Schicke. Da sind wieder zwei Krabben. Okay. Ich gehe da rechts. Ich glaube, dann sind wir schon da. Ja, wir sind da. Ah, das ging schnell. Wir können bald nichts weitermachen. Ich hole mir schnell nur trockene Sachen. Ach, das war schon keine Schlussszene. Was ist das für ein Kack? Nee, wieder englische Tastatur. Da. Und nee, nee, 28 nicht. So, die. Ah, ist es herrlich, Freunde. Ist es herrlich oder ist es herrlich? Ich hoffe, ihr freut euch so, wie ich mich freue. Moment, ich schaue gerade mal ins Setup und TV-Version. Arcade, ja, TV-Version. Ja. Eishöhle. Ja, Zufall, 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 Zufall. Alles Zufall. Gut, dann starten wir in die Eishöhle. Da, jetzt haben wir endlich mal eine Schlussszene. Genießen wir sie. Egal, was du tust, du wirst mich nicht besiehen. Hugo, hilf uns! Schau mal, Hugo, wenn ich zu Besuch habe. Vielleicht bringe ich Ihnen ein paar Kunststückchen bei. Hallo, komm und hol sie dir. Es wird dir nicht gelingen. Ja, ist das mal geil? Oder ist das mal geil? Boah. Ja, Hugo, in der Eishöhle. Und ich würde sagen, dein Part leg los. Äh, okay, er spricht nicht mit mir. Hugo, spricht nicht mit mir. Was ist los? Okay, wir müssen jetzt hier natürlich aufpassen, wo wir hinspringen. Links die Fäuste kommen raus. Oben die, äh... Ah, da habe ich doch was. Die Steine kommen nach vorne. Ja, ich komme doch. Diese Artefakte müssen wir einsammeln. Und die Töne müssen wir uns merken. Eine Trommel. Ja, ja, ja. Denn wenn wir jetzt zu lange hier warten, dann passiert... Achte links auf... Da, habt ihr es gesehen? Und da oben. Genau. So, jetzt müssen wir hier nach vorne. Eine Trömmelche. Und was haben wir jetzt? Eine Säge. Da haben wir wieder einen Sack. Und das nächste Artefakt... Ah, das... Da hinten wieder. Also gehen wir hier hinten nach links. Den mal lange auf den Tasten bleiben, hat man damals immer in der Sendung gesagt. So, das sieht doch gut aus. Hep! Ein Herz. Oh, Hugo. Ich liebe auch Hugo. Warum sind denn jetzt alle oben? Nein! Da ist die... Oh! Da ist der verkehrt runtergegangen. So, da ist er wieder. Schnell, 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 schnell. Hep! So. Eins, weiß ich. Sisam, öffne dich was nicht. Nee, das ist richtig. So, das Trömmelche. Die Säge. Und das Herz. Genial, was manche Leute sich so merken können. Ja, ich weiß. Ich bin gut. Hahaha. Ah, herrlich. So, jetzt geht's daran, Huguline zu befreien. So, hier sind wir. Ein bisschen mulmig ist mir ja schon. Hahaha. So, du Hexe. Jetzt zeige ich's dir. Die goldene Mitte. Und die war... Falsch. Hahaha. Shit. Oh nein, das ist blöd Das war echt blöd Aber egal, wir haben ja noch ein paar Versuche So, aber auf beiden schon mal Der erste Jetzt kommt Skateboard Was haben wir denn beim Skateboard? Wieder die Schlussszene Naja, wir können es ja nochmal probieren Egal, was du tust Du wirst mich nicht besiegen Hugo, hilf uns Schau nur, Hugo, wenn ich zu Besuch habe Vielleicht bringe ich Ihnen ein paar Kunststückchen bei Hallo Komm und hol sie dir Es wird dir nicht gelingen Immer wieder herrlich Wie sie den Bildschirm zerkratzt Immer wieder herrlich Ich genieße das hier gerade wirklich richtig, Freunde Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie ich das hier genieße Hugo, dein Einsatz, bitteschön Jetzt gehen wir aus ganzem Skateboard eine Schanze Da muss man auch immer schön lange auf den Tasten bleiben Scheiße Scheiße, scheiße Da-da-da-da-da-da Schön lange auf den Tasten Ja, aller Anfang ist schwer Ja Schön lange auf den Tasten Was sollte das denn? Weil ich noch in der Bewegung war, oder was? Naja, jetzt aber pronto Das kann ja jetzt nicht sein Das kann ja jetzt nicht sein Ja, da-da-da-da schon wieder Ey Das kann ja jetzt nicht sein Na bravo, wirklich Weltspitzenleistung Ja, vielen Dank auch Ach nö Alter, schreibe ich da Mann, ey Aber mit Unmut schreibe ich da jetzt meinen Namen hin Das war ja jetzt wohl hier getriggert Das ist ja wohl Nochmal Mann, ey Keine Schlussszene Keine Schlussszene Hugo, bitteschön Jetzt gehen wir aus ganzem Skateboard eine Schanze Mann, ey Das hasse ich so Das sind die alten Spiele Weil man da noch in der Bewegung war Schön lange auf den Tasten bleiben Nein, 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 nein Oh Okay, ich hab mich beim ersten Spiel gebrüstet Ey, das ist voll einfach Und hier Nein, das war zu früh Tatsch da Tatsch da Ja, aller Anfang ist schwer Ja Ja